Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich darf auch einen nehmen. Dann steht hier Raiko. Und die Person spricht nur noch Raiko. Und du sprichst das, was du gezogen hast. Der Zettel kommt wieder da rein. Sandra. Sandra. Raiko. Nein, Sandra. Sandra. Das wird lustig. Erklären wir den anderen Personen das? Die sollen nur den Damen sagen. Alles klar. Hör auf zu grinnen. Hans kann. Ich will den Volker. Erst mal untereinander ziehen. Dann schauen wir die aus. Nur 4. Nur 5. Nur 5. Nur 5. Okay. Ich bleibe schon hängen. Und hier. Also meine steht 49. 40. Meine steht 40. Und dann einfach mit diesem... Also zum Beispiel... Also ich fange... 49. Und dann sagen die... Oh, ist das 40? 40. Ja, 40. 40. Ja. Und dann machen wir so irgendwie so andere Töne oder Klang oder irgendwie... also wie, wie Gesang. Und dann sagen... Nehmen Sie eins. Ach, du wolltest doch was rausnehmen. Okay. Eine Flüte? Ja, ich nehme mal. Wo B? Wo B? Wo B? Wo E? Wo E? Fangen! Möchte auch? Ja, nehme ich auch. Spiele. Spiele. Kann es, ne? E? Ja, ja. E so, so? E so, so. 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 E so, kan es besser im Hintergrund qui. Ja,yon. Wo侯! Ja,ja,je. Ouny! Hi! 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 Oh, hi. Hier! Ja, 16. Ja, 16.